herzlich willkommen zur zwölften folge industrie 2 mit mir so wir haben jetzt hier die druckerzeugnisse mehr oder weniger aufgebaut die kommen aber hier irgendwie nicht du brauchst nur papier rollen du brauchst nur papier rollen und kartons du brauchst nur kartons du brauchst papier rollen das heißt wir brauchen auf jeden fall noch mehr mehr davon papier rollen du machst mehr kartons 9 8 9 8 11 8 11 8 11 8 11 8 16 14 16 10 ja auch nie mehr holz mehr holz so zwei züge dazu so fahr so holz starten zurück Eleven acht einen und für er Acht und Acht. Vier, zack, zack, zack. So, Zeitungen sind voll, Hälfte sind voll. Geschenkpapier soll auch nicht voll sein. Spielkarten, Kalender. Und Spielkarten da. Spielkarten sind gleich voll, Kalender sind auch nicht voll. So, dann gehen wir nochmal hier rüber. Da haben wir die Christbäume. Das sind die beiden im normalen Stadtwachstum. Spielkarten sind größte Zwei. Spielkarten sind größte Zwei. Luxuspunkte 4,80. Okay, die haben wir noch nicht. So, der Baumarkt. 22,45, 66. 32. 34. 64. 73. 73. Freizeitgebäude. Kommt da noch ein Rodeo mit dazu. Warte, 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 warte. Sommerbekladung sieht ganz gut aus. Winterbekladung sieht ganz gut aus. Regenmäntel sieht ganz gut aus. Regenmäntel haben wir aber nicht. So große Regenmäntel. Obst, 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 Obst. Fleisch in Ordnung. Milch, top. So jetzt noch ein bisschen zu viel. Brot könnte noch mehr sein. Tomaten okay, Mais gut. Kutofen okay. Donuts können noch mehr sein. Backbaren sieht gut aus. Voll. 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 Das Fleisch. Eier. Eier sind auch voll? Okay. Hier ist auch alles voll. Kutofen. Der Umsatz ist gesunken. Beim Möbelhaus. Speziell was die Sitzmöbel anbelangt. Da kommt gar nichts mehr an. Achso. Warte mal. Da. Mal zieh das Problem. mit dem Leder. Nehmen wir mal hier mal aus ein paar Zügen das Leder raus. So du hier wirst ausgebaut. Das sieht gut aus. Stoffe. Stoffe und Wolle könnten wir da noch mal ein bisschen mehr. Stoffe und Wolle. Stoffe und Wolle. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. können sie auch mal ein bisschen Stoff heranbekommen eine Kleidungsfabrik für Handtaschen benötigt Leder bekommst du einen Platz dort zugewiesen gut fahren wir die dort noch mal ordentlich hoch so ihr macht dort ordentlich Stoff Stoff Stoffe zu machen und Handtaschen auch du hast jetzt hier deine 22 verkauft so du bekommst jetzt hier dein Zeug wieder ran hier sieht es jetzt schon ein bisschen eng aus Winterbekleidung Bekleidung 15 30 auf 8 hoch machen Fondant noch da wir machen wir ganz kurz auf Pause der Bücherladen kann überall reinpacken so du nimmst da und da überall hier haben wir jetzt schon das Problem Warte mal ähm jetzt wird es interessant ich muss da vier Produkte an hier bekommt die da rein hier bekommt die da raus so ihr wolltet jetzt haben Kartons ja zwei vier sechs sieben zwei fünf die ihr Du machst die Zeitungen, du machst die Hefte, Kartons, das, das, das und das. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch 3 und die 3 lassen wir dann damit anfahren. So, Spielkarten. Kalender. Geschenkpapier. Durchgehend, 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 feuer frei! Das war's für heute. 13, 12, 10, 9, 16, voll. Ach, so. Ihr beiden kommt da hinten gar nicht mehr ran. Das habt ihr mir sicher schon in den Kommentaren geschrien. So, das heißt, du musst Kartons machen. Auf Volllast. Du musst Kartons machen auf Volllast. Du musst Papier machen auf Volllast. Du musst Papier machen auf Volllast. So. Jetzt sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Hier wird jetzt gerade irgendwas geerbt. Was macht ihr hier im November? Hier liegen auch noch so viele Christbäume rum und hier liegen auch noch so viele Christbäume rum. So. Alter, auf 8 Millionen. Ja gut, das Möbelhaus ist da komplett eingebrochen. Der Baumarkt macht das gleiche Geld. Kannst du es hier steigern? Kannst du es hier steigern? Kannst du es hier steigern? So. Das Möbelhaus jetzt macht hier. Bedeutend Gas. Und die Bücher und das Papier und all sowas. Fängt jetzt dort auch an. Wunderhübsch. Softdrinks. Achso, und die Handtaschen. Die Handtaschen. 4 4 4 10. Ja, die Handtaschen. Kümmern wir uns in der nächsten Folge um. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.